Sportwetten Montag 12.04.2021 Gewinn 562 Euro Autor deseltsamec Kenzi YouTube Montag 12.04.2021 Hoffenheim Leverkusen G1 1 und 0 0 zu 0 3 Euro 45 3 Euro 45 Gleiwitz Gornik Zabrzepol 1 1 und 0 2 zu 0 1 Euro 96 Euro 56 Al-Anü Sportenitzli Sportur 1 1 und 0 3 zu 2 1 Euro 48 9 Euro 70 Fynn Istanbul Gaziantep Tour 1 1 und 0 3 zu 1 1 Euro 50 14 Euro 55 Westbräumwich Zaudampton Heng 1 1 und 0 3 zu 0 3 Euro 35 48 Euro 75 Richthove Eferton Heng 1 1 und 0 0 zu 0 3 Euro 20 156 Euro Solnadegerfors SWE 1 1 und 0 2 zu 0 1 Euro 75 273 Euro Kalmar Östersund SWE 1 1 und 0 0 zu 0 3 Euro 818 Euro 99 Einsatz 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 gleich 256 Minus 256 Euro 562 Euro 99